Erleben Sie am Freitag den 12.05.2 Stunden lang Hans-Werner Olm in seiner Paraderolle als Menschen darstellt. Was erstaunlich ist, weil Olaf, also der Fifi, das ist so ein Pitbull, in die Jahre gekommener Pitbull, so ein Riesen-Beefi mit Pfötchen. Staunen Sie darüber, wie einfach er die Dinge auf den Punkt bringt, indem er die großen Momente im Leben eines Wohlstands-Asozialen vor Ihnen ausbreitet. Ich sag mal so, wenn man mit einem Paddelboot die Queen Mary 2 durch den Hamburger Hafen zieht, so ungefähr sah das aus. Entspannen Sie sich und erfreuen Sie sich an einem Mann auf der Bühne, der es noch schwerer hat als Sie. Zwei Stunden Olm ist wie 80 Jahre selber gelebt. Dieser kleine, süße Hund, seitdem er Sie damals bei dieser Flutkatastrophe in Brandenburg dreimal aus der reißenden Oder gezogen hat, um Sie in Ihr brennendes Haus zurückzubringen. Erleben Sie sein neues Programm nach Fertig, augenzwinkern, eine humoristische Lebensberatung für die Erwachsenen. Dein kleiner Pitbull hat viel Energie, ob er aber mit dem Oberkiefer beißt, oder aber mit dem Unterkiefer beißt, oder aber nur im Zimmer scheißt, das weiß man nie. Ja, quasi glücklich, ne?